Wartens, wartens, jetzt, freundens. Dr. Greilberger hat Ihnen gesagt, den Zahnabstest gehabt, weil der Zahn da eben offen ist, und dann hat er gesagt, ja, kann ich eh reinsprühen, also zwei Pumperl da hinaufsprühen. Das habe ich gemacht, genau, einmal, und es hat fürchterlich, also nicht einmal ein paar Stunden später, ist irgendwie, denke ich mir, was stinkt denn da so, hat es einen Geruch gehabt, dass ich gedacht habe, das ist irgendetwas verwest, dann habe ich gemerkt, dass das bei mir, von mir, weil ich das herum geschaut, ist das irgendwie runtergekommen, ich habe das alles ausgespuckt, und das ist abgewohlen. Das heißt, Sie haben einen Zahnabstest gehabt, Sie haben Immuno D als Sprühhub anwendet? Genau, nur einmal. Dieses Vitamin D Präparat? Nur ein einziges Mal? Genau. Zweimal reinsprühen, hat er gesagt. Ah, danke. Ja. Ghazalba 0 j Untertitelung des ZDF, 2020